Hallo zusammen, da bin ich wieder mit der zweiten Serie des Rocket-Finales 2019, was jetzt vorgestern gespielt wurde. Die erste Serie ist ja ganz erfreulich gelaufen, kein Spiel verloren, 800 Punkte, also ein solider, ein guter Start in das Turnier. Da fühlt man sich dann erstmal wohl, ist ein bisschen angekommen und kann auch optimistisch die nächste Serie starten. Und das geht ja hier gleich richtig gut los. Drei Buben, Ass 10 an der Seite, naja, sollte natürlich ein Krang werden, ist jetzt aber nur ein Kreuz geworden, das war eben dann doch ein bisschen zu wenig im Skat, aber ein schönes Spiel, selbst gegen Trumpf 4 zu 1 sieht er immer noch ganz anständig aus. Wenn Trumpf glatt steht, dann ist ja immer mal, allemal auch ein Schneider möglich. So, Herz Ass wohl vorne bei Spieler 2, der hat unter durchgespielt. Okay, soweit erstmal so harmlos und da fällt auch Trumpf 10, also unverdächtig. Trumpf sitzt nicht quer. Also bei 13 und nochmal 13, 26 kann ich natürlich jetzt Schneider nur noch spielen, wenn der Karo König nicht zu dritt oder zu viert dagegen sitzt. Also, ja, kann und muss ich hier von oben ziehen, das tue ich auch. Da kommt der König, also eine erste Hausnummer gleich in der zweiten Serie und das tut natürlich auch immer gut, wenn du aufs erste Spiel nicht zwei, drei Päckchen warten musst, wenn du schon mal ein kleines Plus-Ergebnis stehen hast. 18er Rangliste verzichten wir heute natürlich drauf, auch Rocket. Die neue Qualifikationsrunde in diesem Jahr, die läuft natürlich auch, wurde ich auch schon gefragt. Gibt es das Rocket nicht mehr, wo du jetzt die 18er Rangliste zeichst? Doch, das Rocket läuft noch. Ich wollte einfach mal den Fokus auch ein bisschen weg lenken, aber, oder andere Dinge auch zeigen, die es da an Angeboten gibt. Jetzt aber mache ich erstmal das Rocket-Finale und runde damit die Geschichte von letzter Woche ab. So, hier habe ich mit drei Trümpfen auf den kurzen Weg auch erstmal eine kurze Farbe gespielt, weil mir Karo einfach zu lang ist, wenn man so will, und ich vor allen Dingen da im Zweifel unglücklich treffe, und weil ich selber eben peakfrei bin und mein Partner mal wieder, wenn es geht, in Hinterhand was freispielen möchte, ist auch geglückt. Herz 10 frei gespielt, jetzt aber bei der 22er Reizung die Peak 7 hier. Und ja, ihr seht, ich habe da auch am Tisch lange drüber nachgedacht, wie werde ich die bewerten. Ist Herz jetzt wirklich blank gewesen, nur die Herz 10? Dann hätte der Spieler schon mal vier Herz an der Seite. Oder will mein Partner einfach jetzt die nächste Farbe aufmachen? Ich war mir da nicht sicher, aber hier mit meinen drei Trümpfen mit dem König zu dritt, ja, habe ich mir gedacht, so viel kann ich da eh nicht bewegen, und dann wurde gleich übergestochen. Also ein trumpfstarkes Spiel ohne Peak. Ja, und wenn dann die Herz 10 wirklich blank war, dann hat der Spieler wohl nur Herz an der Seite, dann können wir aber hier auch kein Pfifferling gewinnen. Und so ist es auch. 6 A2, Kreuz Bube und Trumpf 10 bei meinem Partner. Herz Ass zu viert. Also letztlich konnten wir hier sowieso nicht aus dem Schneider kommen. Wenn der Spieler mit dem Herz Ass raufmarschiert, gewinnt er noch deutlicher, aber letztlich machen wir hier nur unsere kleinen Pflichtstiche. So, jetzt wird es interessant. Die spannende Frage ist ja, bei so einem schönen Ansatz kommst du günstig ran. Das hat schon mal geklappt. Das kann sich ja jetzt auf jeden Fall entwickeln. Und wie es sich entwickelt. Kreuz, Bube und noch ein Peak drin. Also traumhaft natürlich. Ganz sicherer Krang mit sehr großer Schneiderschance und Zusatzchance auf Schneiderschwarz, wenn die Peak 10 blank steht. Da ziehe ich jetzt natürlich von oben, denn so oder so gibt es, wenn entweder nur diesen Stich oder keinen. Okay, es gibt den einen Stich, aber das ist dann auch schnell gespielt. Hingelangt, hingelangt, einmal Karte gezeigt. Ja, jetzt habe ich sie vielleicht einen Tick zu früh gezeigt. Der Spieler 1 hat das jetzt noch gar nicht so schnell überschaut, dass sein Partner noch die Peak 10 macht. Jetzt ist alles klar. Das sind die dicken Brocken, die leicht zu spielen sind, die gut schmecken und die du einfach ab und zu auch mal kriegen musst. Und jetzt in Mittelhand 5 Trumpf Peak mit 2 Assen. Ich biete hier 18. Es wird gehalten und ich steige aus, weil ich natürlich in Kreuz eine sehr bescheidene Beikarte habe, weil mir auch ja einfach die Nuance das Spiel zu schwach ist. Wenn es Kreuzbube wäre statt Peakbube, hätte ich sicher etwas weiter gereizt, wenn die Peak 10 statt dem König dabei wäre. Vielleicht auch in einer anderen Position als nun gerade Mittelhand. Es kann sich das Spiel ja schließlich auch zum Kreuz entwickeln. Aber ich bin jetzt ausgestiegen, meiner Linie treu bleibend und jetzt schauen wir uns hier diesen Herz an. Erstmal die kurze Farbe und jetzt versuchen den Partner hoch auf Kreuz anzuspielen. Das hat schon mal geklappt. Trumpf Ass gerettet. Und jetzt ist an sich natürlich der Wunsch da, dass mein Partner noch einen Stich macht in Trumpf, wo ich das Pik Ass legen kann. Und das ist aber nicht der Fall und damit mit 68 Augen ein knapper Sieg für Spieler 2, aber letztlich von uns auch nicht zu verhindern. Ja, was haben wir denn da? Ein halber 0, ein halber Grang, ein halbes Farbspiel oder vielleicht von jedem doch nur ein Drittel. Auf jeden Fall bei Passe Passe mit zwei Buben und zwei Assen, da muss ich wohl zuschnappen. Also da schnappe ich zu und jetzt hat es mich hier vielleicht das erste Mal erwischt. Da könnt ihr sehen, auch sowas kann passieren. Pik und Karo Bild. Ja, wenn ihr mir das vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt, perfekt, ich habe schon mit zwei Buben gerechnet, aber es sind zwei Damen. Und was machen wir denn nun? Also das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr schlappes Spiel. Der 0, der geht natürlich auch nur mit großen Schmerzen. Da bleibt eine richtig schlechte Karte stehen. Ob das jetzt Kreuz 7 Bube ist oder Karo 8 Dame. Zusätzlich noch die Pik Dame zu dritt. Nee, also den 0 wollte ich dann nach einer kurzen Bedenkzeit auch nicht. Der Pik sieht natürlich nicht gut aus. Aber wenn die Karte sauber steht, Trumpf 3-3, Herz 2-2, dann wird der wahrscheinlich auch gehen. Also ja, muss man einfach ein bisschen Daumen drücken, dass die Verteilung es einfach nicht hergibt. Ansonsten ist er natürlich für die Gegner nicht schwer umzubiegen. Das kann ganz schnell gehen. Und hier geht es schon los. Pik Bube fällt. Sieht zwar auf den ersten Blick gut aus. Heißt aber an sich natürlich, dass Spieler 1 4 Trumpf mindestens hat. Wenn nicht sogar 5 Trumpf. Also, dass die Karte nicht rund sitzt. Und das ist gar keine gute Nachricht bei so einem schlechten Spiel. Und dann kommt hier auch noch Herz Dame. Eine der Karten, ja, die schlechteste Karte, wenn man so will. Die Karte, die ich am wenigsten gerne sehe. Denn sehr wahrscheinlich ist sie zu dritt. Trotzdem, habt ihr es gesehen, ganz schnell ziehe ich hier die Herz 7. Denn das Spiel ist einfach nicht stark genug, um da rauf zu gehen. Und wenn die Dame kommt, dann kommt die, ja, vielleicht auch aus Dame König 10. Jedenfalls werde ich hinten höchstens die Lusche bekommen. Wahrscheinlich nicht eine blanke 10. Und deswegen sage ich mir, naja, vielleicht spielt er aus irgendeinem Grund tatsächlich doch mal aus der einfach bestellten 10. Herz Dame mit 10. Das wäre noch so die einzige Konstellation. Und ansonsten kann ich eben wahrscheinlich sowieso das Spiel nicht gewinnen. Und da seht ihr es. Hinten fällt die blanke Herz 8. Also, das Spiel im zweiten Stich steht schon richtig stark unter Beschuss. Mächtig in Flammen. 16 Augen. Gut, kühlen Kopf behalten. Panik hilft ja sowieso nicht. Und hier kommt die erste kleine Geschichte, die mir vielleicht nochmal helfen kann. Es kommt nicht sofort die Herz 10 auf den Tisch. Spieler 2 weiß natürlich nicht ganz sicher, wo die Herz 9 ist. Obwohl sein Partner ihm die sonst eher auf die Dame hätte geben müssen. Aber er spielt einen Tick vorsichtig. Hier nur den Herz König. Das heißt, die Herz 10 ist noch unterwegs. Und natürlich kommt es zum Abstich. So, 18 und 25. Das sind, ähm, ne, 13, 16 und 25. Das sind also 41 Augen. So, und natürlich schnippel ich hier. Zieh schon die Karte vor. Wenn Kreuz jetzt auch noch ganz unrund sitzt. Jetzt also Spieler 2 mir hier das Kreuz Ass absticht links und rechts. Ja, dann habe ich eine gute Chance sogar Schneider zu bleiben. Aber es nützt ja nichts. Erstmal die Lusche günstig loswerden. Auf 45 Augen. Ja, aber trotzdem. Wie soll das gehen? Und da kommt Karo Lusche, Karo 10. Und jetzt muss ich hier mal ins Gebet gehen. Aber letztlich, wenn ich jetzt hier steche. Ähm, und selbst bei Trumpf 2,1. Was ich hoffe und wovon ich ausgehe. Keinen Trumpfstich mehr abgebe. Ich muss noch die Herz Lusche abgeben mit der Herz 10. Und Spieler 1 wird noch Karo Ass oder Kreuz 10 haben. Also mit, ähm, Stechen ist das Spiel wohl einfach nicht zu gewinnen. Das Problem beim Abwurf der Herz Lusche ist. Ich werfe sie jetzt hier letztlich ab. Dass natürlich sehr wahrscheinlich jetzt die Herz 10 hinterher kommt. Und Spieler 1 noch mit 2 Trümpfen hinter mir sitzt. Bereit zum Überstechen. Und so ist es auch. Natürlich habe ich jetzt gehofft, dass Spieler 2 vielleicht doch die Herz 10 nicht bringt. Aber er bringt sie. Und dann gibt es auch natürlich hier nur eine Lösung. Ich muss das Ding hoch vorstechen, dass da nicht mehr rüber gestochen werden kann. Also einmal wird genagelt. Und dann fehlt jetzt eben noch Trumpf Lusche, Trumpf König und Karo Bube. Und es gibt natürlich noch eine Sieg-Konstellation für mich, die ich jetzt auch anpacken muss. Trumpf nämlich unter durch und hoffen, dass Spieler 2 eben nur die Lusche hat. Und genau so kommt es. Jawoll! Spiele 59. Also ganz knapp das Ding noch ins Ziel gerettet. Ein hauchdünner, ein bisschen unerwarteter Sieg kann man fast sagen. Links von mir stehen 4 Trumpf. Rechts steht der Herz Drilling. Ja, also das sind natürlich so Schlüsselspiele. Das merkt man in dem Moment. Ich habe mich natürlich, so wie jetzt auch vorgestern, richtig gefreut. Wenn du solche Spiele knapp auf 61 gewinnst, dann bist du im Prinzip typischerweise auf einem sehr guten Weg. Letztlich wird nämlich, wirst du ein Turnier meist nur dann gewinnen können, wenn auch das eine oder andere von diesen Problemspielen irgendwie gelöst wurde zu deinen Gunsten. Ohne kleine Geschenke, wenn man so will, geht es letztlich nicht. Ist ja mit verdeckten Karten auch alles nicht so leicht zu lösen. So, und nach diesem knapp gewonnenen Spiel habe ich mich hier wieder nur zu 18 hinreißen lassen und bleibe dann meiner Linie wieder treu und sage, nope, ohne 3 mit Gegenwehr aus Vorhand. Das ist mir zu heikel, dieser Peak, den durchzureizen. Die Beikarte mit dem Herz König zu dritt, das will ich mir gar nicht anschauen und war wahrscheinlich richtig. Spieler 1 hat hier ohnehin einen kranken Bugenkump verteilt, das heißt, jetzt hat er auch noch eine ganz schöne Kreuzflotte dabei und Herz Ast wird er sicher auch noch dabei haben. Mit anderen Worten hier, dieses Spiel hätte mir wahrscheinlich deutlich weniger Freude bereitet. Ja, das dürfte Rest bei uns sein. Klar, 3 Stiche haben wir gemacht, aber 71 für den Alleinspieler. Eieieiei, und dann kommen doch auch wieder die Karten, die man bedenkenlos etwas weiter reizen kann. 3 Asse, passende 10, die Mittelboom. Was macht er hinter Hand? Wohin will er? Er will nur den 0, das ist erfreulich und die Findung ist auch gut. Nicht überragend, aber gut. Also Grangen mache ich nicht, das habe ich an sich nicht nötig. Der Sechstrümpfer Kreuz ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Schneider. Der Grangen kann in Mittelhand gegen Kreuz zu dritt, gegen Boom zusammen sehr schnell riskant werden. So, und nun seht euch das an, 5 Trumpf dagegen, zum Glück schon mal eine blanke 10 geschnappt und man kann auch sicher sagen, zum Glück nicht den Grangen gespielt, da wäre Kreuz zu dritt gewesen. Und, Buben zusammen, gut, vielleicht wäre er über die blanke 10 auch gegangen. Ich will es gar nicht beschwören, aber jetzt fühle ich mich natürlich in dem Farbspiel trotz der 5 Trümpfe relativ wohl. Pik sind auch alle raus. Klar gibt es da noch einen fetten Stich. Wäre jetzt natürlich schön, wenn einer der fehlenden Vollen noch beim Trumpfmann sitzt. So oder so. Ich muss jetzt hier natürlich erst nochmal stechen, dann die Pik 10 anbieten und dann kann ich auch mit der Kreuzdame natürlich noch einen Stich machen. Schnapp und Aufgabe gewonnen mit 72, also alles fein. Und dann mal gemütlich zurückfallen lassen, die beiden anderen ihre Kämpfe ausfechten lassen. So, Kreuz wird gespielt, 30er Reizung, trotzdem Überlegung, jetzt hier die Herzdame aufgrund der Reizung und dann denke ich mir, nee, 30er Reizung könnte Herz sein, kann aber auch gleichzeitig so ein kleiner Karohebel sein. Also teste mal, Karo habe ich mir gedacht, wenn ich da die Farbe erwische, dann kann das für uns günstig laufen, denn natürlich glaube ich schon, dass Mittelhand bei 30 auch erstmal stabiles Spiel gereizt hat. Also kommen wir vielleicht mit Schlappenzügen wie der Herzdame doch nicht zu Rande, sondern müssen hier direkt Wirkungstreffer setzen. Karo Ass läuft mit Lusche, Lusche, okay, die 10 fehlt noch, ist aber oft gedrückt, ich setze natürlich die Farbe nach. So, 10 ist im Keller, mein Partner hat nichts abzuwerfen, sondern sticht über 25. Oh, jetzt kommt Abwurf, Pik, also nur ein Karo beim Alleinspieler und gar kein Herz, dann muss er natürlich noch Adam Riese, wenn er jetzt nicht 8 Trumpf hat, noch Pik haben und ich hoffe natürlich, dass er tatsächlich auch nicht 7 Trumpf hat, sondern nur 6, denn dann muss er jetzt noch ein zweites Mal Pik mitbedienen. Ah, das ist aber nicht der Fall und dann ist es natürlich ein 7-Trümpfer, das heißt, hier kriegen wir nichts mehr. Alle Stiche gehen an den Alleinspieler, also ein sehr stabiles Spiel, 77 Augen, da war dann natürlich nichts zu machen. Klar hätte ich jetzt noch mal Karo nachspielen können statt Pik 10, aber wenn es eben der 7-Trümpfer ist, dann kriegen wir vielleicht noch einen extra Stich, aber können auf keinen Fall gewinnen. Also im Siegssinne war es alles richtig gespielt. So, neuntes Spiel und es geht auch schnell, die Spiele sind gut. Es kann bei Zeiten abgeklappt werden, es kann schnell weggeworfen werden. Der Einzige, der hier den Laden aufhält, bin ich mit meiner Quaselei. Auch hier unspektakulär, trumpfstark das Spiel wieder. Ich überlege hier, ob ich den König rausnehme, aber ich versuche lieber nochmal in der Hinterhand zu bleiben, um jetzt im Zweifel auf Kreuz zu wimmeln. Auch das ist nicht möglich. Gut, dann sind noch zwei Karos dabei. Dann sind wir hiermit auch schon wieder am Ende unseres Lateins angekommen. Ja, 3 Assinne 10, das wäre so ein Ding im Rocket, da hätte es mal drauf 18 geboten, vielleicht sogar über den 0 rüber gereizt, einfach mal so, vielleicht sogar bis 27, 30, den Herz ohne 4. Aber hier auf die lange Distanz in Mittelhand auf keinen Fall einfach mal aussteigen. Und es wird ja jetzt auch vermutlich nicht so leicht für den Alleinspieler, es sei denn, er hat mal wieder ein richtig gutes Spiel. Denn ich bin gut aufmunitioniert hier mit 3 Assen und einer 10 im Beiblatt. Ja, und dann schaut euch das an. Der Spieler hat also wieder ein derartig trumpfstarkes Spiel, dass das Trumpfass schon wieder nicht zu retten ist, aufgegeben wird zugunsten eines etwas besser beschwerten Stiches. Das ist also 7 Trumpf, wenn ich es hier richtig gesehen habe. Und es geht hier eben schon nur noch um Schneider frei. Klar war schon die Vermutung, dass der Peak jetzt blank raus ist, aber ich muss mir eben hier die Chancen offen halten mit den beiden Assen, alle Konstellationen abzudecken, dass wir wenigstens aus dem Schneider kommen. Das ist also auch gelungen. Und damit, sage ich mal, sind hier alle in dieser Liste ganz gut aus den Startlöchern gekommen, hat keiner Grund sich zu beschweren. Ich komme hier wieder für 18 ran. Auch das natürlich erfreulich. Dann kann gut drin liegen und es liegt wieder gut. Das Peak Ass ist natürlich ein Volltreffer zur bestellten Szenen und wiederum ist es gleichwohl kein Grang, sondern ein sehr, sehr gutes Farbspiel, was man mit wenig Bauchschmerzen vorträgt, wo man immer schon den Schneider im Blick hat. Hier wird auch Trumpf direkt zurückgespielt. Ja, wenn nicht direkt Peak Dame abgeworfen worden wäre, müsste ich jetzt mit der Peak 9 fortsetzen, um gegen Peak 3,1 Sicher-Schneider zu spielen. Jetzt fehlen aber nur noch drei Piken, also kann ich auch Trumpf spielen oder Peak von oben. Es geht sowieso nur noch, wenn die nicht ganz einseitig sitzen. Das ist auch nicht der Fall. und dann geht es wieder schnell. Und dann geht es wieder schnell. Ja, der ist nicht so schön, der Stich. Hilft aber nichts. 18. Hat er wirklich kreuzblank? Ja, dann hat er ein Herz, ein Kreuz in der Hand. Okay. Jetzt hat er nur noch Peak in der Ballkarte. 33. Buben hat er auch. Also noch einen Trumpfstich machen wir nicht. 43. Wenn, machen wir vielleicht noch einen Stich in Peak, wenn er nicht das Peak Ass hat. Sechs Trumpf sind inzwischen bestätigt, also hat er nur noch eine Peak. Es sieht aber alles nach Peak Ass aus, und es ist auch das Peak Ass, also auch dieses Spiel ein Selbstläufer. Ja, erstaunlich, wie schnell das manchmal geht online. Leichte Spiele, schnell abgeklappt. Ratzfatz ist man mit so einer Liste durch. Gerade am Anfang vom Turnier sieht man es ja auch so ein bisschen mit Dankbarkeit, wenn sich noch nicht so ganz schwierige Aufgaben stellen, wenn erstmal so ein bisschen Routineverteilung da sind. Viele Abklappspiele, auch bei diesem hier. Naja, mit Vieren hat er wieder, zieht schon leere Trümpfe. Wir schmeißen munter dabei. Alles easy. Keiner kommt zu Schaden. So, hier können wir einmal auf Schneider frei spielen. Tue ich auch, und mein Partner hat aufgepasst. Wir warten auf Herz 10 und kommen auf 31. Wunderbar. Jetzt haben wir vielleicht mal wieder so ein Dingens hier. Jetzt haben wir so ein Dingens. Natürlich ist es noch nicht komplett, das Spiel. Aber Vorhand, Ast 10, Ast 10, ein Bube, Karot 10 noch zu dritt, das muss ich ein bisschen reizen. Und jetzt kriege ich aber die Aufgabe eine zweite Reizung. Also Mittelhand reizt den Herz und Hinterhand geht auch noch mit. Und das hat schon die Oma gesagt. Drei Reizungen sind brandgefährlich. Meistens sind nicht drei Gewinnspiele verteilt. Trotzdem, also 0 möchte ich mir hier nicht anschauen, wo ich keine 7 habe und so viel volle. Und jetzt ist es soweit. Jetzt wird sich hier einmal zeigen, ob ich wieder zu hoch gepokert habe. Ob ich den Mund zu voll genommen habe oder ob es passt. Und es passt. Kreuz, Bube, Karot, König. Also jetzt haben wir ja sogar einen Rang draus gekriegt mit dem Kreuz König. 14 im Keller. Buben kommen verteilt. Also herrlich. Dann gibt es natürlich nur einen Stich in Karot. Immer Schneider. Also das war eine gute Entscheidung, dass ich das Ding durchgezogen habe. Bis 23 kann man jetzt nicht wirklich durchziehen. Aber dass ich es gereizt habe, auch gegen zwei Reizungen. Das war natürlich jetzt ein leichtes und gutes, teures Spiel. Also auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Was haben wir denn da? Das erste Mal, dass ich hier überhaupt sehe, dass ein Spieler so ein bisschen unsicher ist, nochmal umdrückt, in den Karten ein bisschen rumrührt. Könnte es denn sein, dass hier jetzt das erste Mal unsere Chance auftaucht, mal ein Spiel zu legen? Zumindest habe ich mal in Peak alle drei Seiten Asse. Es ist allerdings, wie wir hier sehen, schon wieder ein Sechstrümpfer und die Trumpfverteilung ist günstig. Nur der Herz Bube macht seinen Stich und ich entscheide mich hier jetzt zu wimmeln. Gerade das Herz Ass. Denn wenn der Alleinspieler in Herz, sage ich jetzt nochmal auf 10 König, 10 König Dame oder so steht, dann kommen wir wahrscheinlich sowieso nur raus. Also in der Konstellation kann ich das Kreuz Ass, denke ich, am ehesten noch im Sieg-Sinne verwerten, weil ich mit 9 und König und Ass gegen eine 10 zu dritt auch alle Stiche machen kann, also schön schneiden kann. Karo Ass wäre auch noch eine Option zu schmieren, weil ein kurzes Ass meist auch nicht zum Sieg reicht. Aber hier habe ich mich jetzt für Herz Ass entschieden, zumindest denke ich mal ein voller Muster rein. So, Herz König hinterher. Ich habe auf jeden Fall richtig getroffen. Herz wäre oder ist auch eine Stechfarbe, aber auf vier Augen wirft der Spieler jetzt natürlich Kreuz 7 ab und das gefällt mir insofern nicht, als er dann wohl in dem Karo Drilling steht. So ist es auch. Karo zu dritt beim Alleinspieler offensichtlich. Gut, hier hat er jetzt gerade noch einen leeren Trumpfzug gespielt, weiß ich auch nicht warum. Dadurch verliert er jetzt natürlich das Tempo und damit die Karo 10. Jetzt hätte mein Partner natürlich besser Kreuz jetzt gespielt oder was richtiges angeboten, denn jetzt wird natürlich Karo abgeworfen und jetzt kommt es ein bisschen spät. Jetzt fliegt Karo 10 auch noch weg. Also Kreuz Lusche rüber auf den König, dann hätten wir noch den 31er Stich machen können. Karo Ass, Karo 10, Kreuz 10. Ich denke aber gewonnen hätten wir auch nicht. 72, nee das dürfte knapp dabei vorbeigegangen sein, also nichts passiert. Mittelhand, die beiden Alten und ein Ass. Da sind ja immer schon mal Argumente um 18 zu bieten. Ich komme auch wieder ran bei 18 und... Jetzt wird es wieder mollig hier. Jetzt wird es wieder anstrengend. Kein gutes Spiel, eine absolute Minimalfindung hier. Ja, ich drücke sieben Augen Kreuz und spiele den Herz, aber der ist natürlich schlapp. Mittelhand, Karo 7, König. Naja, eigentlich was haben wir auf der Haben-Seite. Pik Ass und die beiden Alten. Das sind vielleicht die Pluspunkte und Pik kommt gleich wieder raus, was natürlich übel ist, weil es wieder auf eine Pik 3 zu 1 Stellung hindeutet. Ich schnippel. Das Spiel ist glaube ich zu schwach. Hinten die Pik 10. Farbe wird gewechselt. Also Pik 10 wahrscheinlich blank. Deswegen muss ich jetzt hier auch von oben erstmal loslaufen. So und jetzt nochmal die Überlegung. Man kann natürlich auch sagen, ich brauche sowieso Trumpf 3-3 und den Kreuzbuben auch nachspielen und dann die Lusche vom Stich. Andererseits das Trumpf Ass sieht doch vielleicht eher so aus, als wäre es nur zu zweit. Denn der Spieler kann natürlich auch potenziell Pik stechen. Deswegen wäre es eher verwunderlich, wenn er aus dem Ass zu dritt direkt den Pikbuben beschwert. Das würde ihm ja nicht weglaufen. Also auch noch der Versuch jetzt gegen 4-Trumpf zu bestehen. Deswegen jetzt Trumpf von unten. Oh, und da kommt Kreuz 10. Okay, gut. Die stehe ich natürlich jetzt von oben. Und es geht manchmal so einfach. Trumpf steht 3-3. Ich habe beide Kreuzvollen gekriegt. Ich bin einfach schon zu Hause und jetzt mache ich hier sogar, wie durch ein Wunder, noch einen Karostich. Also ja, große Sorgen gemacht und dann ganz easy-beasy das Ding nach Hause geschaukelt, ohne großes Schwitzen. Ja, manchmal ist es gerade eben so einfach. Den haben sie mir nicht ganz so schwer gemacht, wie er hätte sein können. Also Trumpf Ass war natürlich auf jeden Fall ein Fehler. Wenn da erstmal nichts reingeht, dann kommt Spieler 2 vielleicht auch auf die Idee, dann nach dem Unterzug noch Peak fortzusetzen. Vielleicht kann ich mir den Unterzug dann auch gar nicht erlauben. Also hätte schlechter laufen können. Da sind wir uns wohl einig. Null over. Ja, einzige Schwäche. Karo Ass zu viert. Steht aber nicht 4-0 dagegen. Also können wir auch direkt aufgeben. Und es steht 5-0, 5-0, 7-0. Ja, und wenn ich es richtig gesehen habe. Ich hatte natürlich zwei Spiele, die jetzt schon ein bisschen knapp waren. Die sind gut gegangen im Gegenspiel ansonsten. Aber alles ohne Knochen. Nichts zu bewegen. Jetzt kommt hier der nächste Gang bei 18. Das war ja in der ersten Serie auch schon so. Die eigenen Spiele, da freust du dich, wenn du sie gewinnst. Aber dass du so im Gegenspiel gar nichts umgebogen kriegst. Nicht mal so in die Nähe kommst über so eine lange Distanz. Das ist jetzt auch wieder eher selten. Kommt aber, wie wir ja hier live verfolgen können. Nicht live, aber dicht dabei. Kommt vor. Schöner Gang mit rein. Spieler 2 schiebt sich also in die Mitte. Und wieder in Mittelhand die beiden alten mit Ass. Also klar und wieder. Ich komme für 18 ran. Also ich komme auch immer günstig ran. Auch das ja nicht, dass ich bei diesen Karten, die man vielleicht wirklich auch nur so testet, Widerstand spüren würde. Nein, ich komme günstig ran. Und die Findung ist natürlich besser. Besser als vorher. Auch das Spiel nicht von Haus aus unverlierbar. Aber durchaus solide. Und wenn dann gleich ein Ass aufkommt, dann hast du auch schon so das Gefühl, dass die Karte brav sitzt. Dass nicht die ganzen Trümpfe dagegen sitzen. Trümpf Ass auf dem Buben. Dann kann ich noch einen Unterzug machen. Fallen 12 Augen. Also ich kann natürlich auch von oben ziehen. Aber wenn dann die Karotzee nicht fällt, dann wird auf die Karotzee gewimmelt. Dann fallen eher 21 oder 20 auf Trumpf. So bin ich gut im Schneiderplan mit 12 Augen. Jetzt kommt auch das Kreuzass direkt raus. Kreuzstand ohnehin 2-2. Also leicht und locker ein Karotzee mit 2 Schneider gewonnen. Ja, also die Liste läuft ja wirklich sehr schön. Sehr glatt. 764 und noch ein paar Spiele nach. Also das ist auf jeden Fall schon eine beruhigende zweite Liste, die mich sicher im Turnier schon ins obere Drittel trägt. Auf jeden Fall gut gestartet. Vor allen Dingen auch noch kein Beat-Spiel. Läuft. Bin happy. Kreuz aufgrund der 24er Reizung geöffnet. Denke doch, dass mein Partner mindestens noch einen Buben hat. So. Aber alles muss er bedienen. Herz Ass scheint gedrückt zu sein. Dann hat er vielleicht sogar 2 Buben. Aber das hilft dann auch nichts. Also jetzt noch 2 Buben. Insgesamt die 3 Unterbuben bei meinem Partner vermutlich. Nützt aber nichts. Der Spieler zieht seine Vollen hin. Hat noch was gequetscht. Kriegt einige Bilder. Aber 81. Also er muss ja 20 im Keller gehabt haben. Karotzee und Herz 21. Karotzee und Herz Ass. So. Und da sitzen dann mal wieder 3 Buben bei mir. Aber nichts dabei. Nichts dabei. Also kein vollen zumindest. Natürlich habe ich 2 Drillinge. Ist noch besser als wenn du nur 2 2 2 1 dabei hast. Aber noch nicht so richtig überzeugend. Jetzt haben wir auch wieder 2 Reizungen. Also ja. Was machen wir denn? Na ich sag mal mit den 3 oberen Buben. Also ein bisschen muss ich da noch investieren. Das bringe ich nicht übers Herz. Irgendwo den 7. Trumpf. Dann ist auch alles wieder in Ordnung. Also Karre oder Pik wollen wir finden. Ah. 2 Pik drin. Sehr schön. Damit haben wir natürlich jetzt schon fast einen Grang. Fast einen Grang. Aber ich sage fast, weil aufgrund der Gegenreizungen mit 3 Abgabestichen schnell mal über 60 landen können. Wenn wir ihn etwa so drücken. 21 21. Aber vor allen Dingen eben dieser teure Pikstich. Es müssen gar nicht auf beide Luschen 21 fallen. Es kann auch immer nochmal ein Abstich im Spiel sein. Ähm. Vom Pik König. Also der Grang ist mir zu heiß bei den beiden Reizungen. Das ist einfach wieder nicht nötig, sage ich mal. Auf diese Distanz das Risiko unnötig zu erhöhen. Denn das Farbspiel wird zu sehr großer Chance gewonnen. Ist hier sofort nach dem ersten Stich sicher im Ziel. Der Grang kann eben verloren gehen. Auch wenn er nicht so oft verloren geht. Aber hier seht ihr schon. Die Karte steht natürlich extrem verteilt. Alle Karusse in einer Hand. Ob das nunmehr beim Grang geschadet hätte, sei nochmal dahingestellt. Es war auf jeden Fall für mich die richtige Entscheidung. Denn das Chance-Risiken-Verhältnis passt einfach nicht. Wenn du so ein teures Ding hier im Turnier verlierst. In einem Turnier, was zwar über 120 Spiele. Aber damit doch nicht über die ganz lange Distanz geht. Dann bist du so gut wie raus. Und das ist so eine der Regeln. Eine der wenigen. Ja, was heißt wenigen. Eine der Weisheiten, die ich gerne nochmal weitergebe. Lothar Steffens. Ein ganz bekannter Skatspieler. Er ruhe in Frieden. Hat mir das immer. Hat mir das beigebracht. Andere hätten das sicher auch erzählen können. Ich habe es von Lothar Steffens. Der sagte, du kannst ein Turnier nicht in einer halben Serie gewinnen. Aber du kannst es in einer halben Serie verlieren. Und das wäre eben so ein prototypisches Spiel dafür. Da dann den Grang machen. Und in drei Stichen auf die Nase kriegen. Dann bist du halt abgeflogen. So ein schönes, solides Spiel. Alles ist Tutti Frutti. Alles ist Wölkchen. Und wir sind einfach noch gut im Rennen. Karte geklärt. Stechfarbe gefunden. Trotz alledem wenig Hoffnung auf Erfolg. Denn zum Herz Ass steht noch die Pik 10 zu dritt. Das war es also schon wieder für uns. Auch wieder ein ganz leichtes Spiel. Ja, das muss es doch jetzt sein. Spiel 23. Nochmal. Drei Buben und ein Ass. Pik soll es werden. Passe, passe. Jetzt nochmal einmal. Was sagt ihr? Pik Bube und Pik Ass. Lege ich meine Hand natürlich nicht für ins Feuer. Das sind immer die Wunschträume. Das war nicht dolle. Kreuz, Lusche, König dazu. Okay. Klar denke ich, Karo 10, Lusche muss man hier drücken. Jetzt kann man Kreuz oder Pik ansagen. Die Beikarte ist jetzt nicht so schön mit dem König zu dritt. Aber letztlich ist das Spiel immer noch so gut, dass ich hier auf jeden Fall das teurere Spiel ansage. Also 10 im Keller. Und das sieht zwar auf den ersten Blick nett aus, aber an sich nur auf den ersten Blick. Denn es kann natürlich jetzt auch leicht Trumpf zu viert stehen. Das wäre schon mal nicht so schön. Also Kreuz Ass wollte ich eigentlich noch gar nicht sehen. Und so ist es auch. Trumpf steht zu viert und da fliegt noch Pik Lusche weg. Ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Erstmal potenziell nicht so gut. So. Auf der Haben-Seite. Wir haben das Trumpf Ass bekommen. Karo 10 im Keller. Der Spieler hat auch jetzt nicht den Herz Buben mitgenommen. Damit hat er natürlich potenziell erstmal zwei Augen verschenkt. Gegenüber den beiden Luschen, die er jetzt noch bekommt. Dafür kann er theoretisch nach beide Trumpfstiche abziehen muss. Also wenn er direkt rausgenommen hätte, müsste er erstmal die Farbe wechseln, könnte nicht Trumpf weiterspielen. So. Und jetzt wollen wir mal schauen. Das ist natürlich schon mal nicht schön. Karo Ass beim anderen Spieler, aber auch nicht ungewöhnlich. 21. Und das ist natürlich finster. Pik Ass auch noch zu dritt. Also in beiden Farben hätte ich gegen vier Trumpf gespielt und gegen eine ungünstige Farbverteilung. 21, 32, 35. So. Ja. Und er hat das jetzt natürlich auch gesehen, dass ich den Drilling in Pik habe. Und deswegen spielt er nicht Pik weiter, sondern wechselt die Farbe, will beide Stiche in Pik machen. Ich sag mal, so leichter wäre es jetzt, hätte er es für seinen Partner sicher gemacht, wenn er hier einfach jetzt Trumpf abzieht, Herz Bube und mich dann in mein Herz Ass einspielt. 6 Trumpf kennt er, Karo Ass beim Partner kennt er, Pik König zu dritt bei mir kennt er. Ja, wahrscheinlich habe ich doch dann das Herz Ass. Also wenn er mich dann ins Herz Ass einspielt, dann macht er die meisten Stiche am einfachsten. So nutze ich jetzt hier die Chance nochmal abzuschmeißen. Ja. Aber hinten wird auch die Pik 10 gewimmelt. Ja. Und damit bin ich jetzt wohl mausetot. Gut, es ist eine Krux ausgerechnet so ein schönes Spiel. Ah, was ist denn das? Herz Lusche. Herz Lusche kommt bei Spieler 2. Herz König und Herz 10 sind noch beim Trumpfmann. Und da gewinne ich mit 62 Augen. Und das hätte jetzt natürlich im Nachhinein auf 1000 Wegen kaputt gehen können, das Spiel. Nimmt er einmal den Buben mit, hat er die 2 Augen mehr, zieht er, wie ich es gesagt habe, den Buben ab und spielt nicht nochmal Karo rüber. Denn da hat, ja, der andere Spieler ohne Trumpf noch die Karo-Dame auf den Tisch gelegt. Die habe ich mir, ne, die habe ich ja nicht mal geschnappt, aber am Ende hat er nur noch Luschen. Also, das wäre andersrum mit allen Stichen leichter gewesen. Dann hätte er auf jeden Fall das Spiel schlagen können. Also, da bin ich dem Tod erneut von der Schippe gesprungen. Puh, das war ja gar nicht vorherzusehen, dass ausgerechnet dieses Spiel jetzt so ein knappes wird, wo ich mit 3 Buben und Seitenass angepasst werde. Aber das war jetzt mal wieder eine der schwersten Übungen, das Spiel unfallfrei durch die Tür zu kriegen. Hup, tja. Das sieht ja wieder wie ein gutes Spiel aus. Oder ein Spiel, was mindestens gut verteilt ist. Ja, ach du Elend. Also, ich glaube, wir haben hier eine weitere Serie, beziehungsweise sogar in dem Sinne dann die Premiere. Ich bewahre mir hier das Pik Ass nochmal auf, falls der Spieler noch in Pik was zu verbergen hat, hat er aber nicht. Offenbar hat er in Herz noch die Beikarte und da sitzt es natürlich bei uns auch wieder artig. Da kriegt er die Herz 10 leicht freigespielt und gewinnt auch mit 79. Also, zu Null die Serie, 7 zu Null, 7 zu Null. Ich aber sicher mit dem glücklichsten Ausgang nicht nur 10 zu Null, sondern vor allen Dingen auch der Einzige, dessen 2-3 Spiele wirklich mal auf der Kippe standen, konnte sie alle ins Ziel retten. Und das ist dann schon irgendwie oft mal so eine, ja, ein oder zwei so Schlüsselspiele dabei, die du dann ganz knapp gewinnst, wo du schon weißt, ja, da kann in diesem Turnier was für dich laufen. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Start. Die Position dürfte jetzt, ja, schon nicht mehr im ersten Drittel, sondern vielleicht sogar schon im ersten Viertel des Feldes sein. Erst 800, jetzt 900 auf diese 24er-Listen. Ja, bleibt spannend, bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten 3 Serien weiterläuft. Wenn es also so weiterläuft wie auf Schienen, dann kann da also richtig was gehen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Spielt fleißig Skat, schaut fleißig Videos. Und wir sehen uns, ja, vielleicht schon morgen, wenn ich dann Lust habe, hier die dritte Serie mit euch zu verarzten. Bis dann! 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 Bis dann!